Mein Name ist Barbara Wagner. Ich bin 41 Jahre alt und ich lebe mit meiner Familie hier in Karlsruhe. Wir sind eine große Familie mit insgesamt fünf Kindern und wir haben vor zwei Jahren unsere drei kleinsten Kinder hier in der Pfinz taufen lassen. Die Pfinz ist ein lebendiges Wasser und es ist Teil unseres Alltags. Es ist ein kleiner Fluss an dem wir auf dem Weg zum Einkaufen vorbeigehen, an dem die Kinder oft spielen, in dem im Sommer die Kinder auch gerne mal baden und das als ein Taufort zu wählen ist für uns einfach ein ganz schöner Gedanke gewesen. Es war für uns der bewegendste Moment unsere Kinder mit dem Paten im Wasser zu sehen. Wir haben die Kinder dem Paten in ihre Hände gegeben, in ihre Verantwortung gegeben und sie dann dort zu sehen, hier in der Pfinz, wie sie den Segen erhalten, das war ganz besonders bewegend. Und in dem Moment einfach auch zu sehen, die Sonne scheint, der Wind weht ums Gesicht und einfach Gott ist dabei, Gott ist nah. Wir sind mitten in der Schöpfung und es war ein ganz stimmiges und wirklich sehr bewegendes Erlebnis. Es war rundum die richtige Entscheidung für uns und für unsere Kinder und für alle und auch die Paten, die sich gerne an dieses Ereignis erinnern und auch durch diese Pfinz taufen einen ganz besonderen Bezug zu unseren Kindern haben oder eben auch zum Taufpaten oder einen ganz besonderen Bezug haben Paten, Tante und Paten, Onkel zu sein.